Bei der Bundesbank sollte man die Ausbildung machen, da wir ein gutes Gesamtkonzept anbieten, und zwar die Kombination aus Theorie und Praxis. Wir haben viele engagierte Ausbildungsbeauftragten innerhalb der Stelle, die die Azubis jederzeit mit einbinden, viel den Azubis in der Stelle beibringen und durch den innerbetrieblichen Unterricht bieten wir dann als Ausbilder auch nochmal die theoretische optimale Komponente dazu. Als Azubi sollte man auf jeden Fall kommunikativ sein, offen sein, auch Interesse eben an den Aufgaben der Bundesbank, beziehungsweise generell so ein bisschen Assistenz und Sekretariat, und als Voraussetzung ist auf jeden Fall die mittlere Reifepflicht, um eben quasi ins Auswahlverfahren auch mit aufgenommen zu werden. Die Stelle wird ausgeschrieben, dann erfolgt der Bewerbungseingang, und dann bekommt man eben einen Online-Test zugeschickt, der absolviert werden muss. Insofern das Ergebnis dann hoffentlich positiv war, gibt es noch die Einladung für das Assessment vor Ort. Dort gibt es eine Gruppenaufgabe, ein persönliches Interview mit der Kommission, und dann im Anschluss erhalten Sie in wenigen Wochen dann auch eine Rückmeldung, ob es geklappt hat. Die Ausbildung ist grundsätzlich in allen Hauptverwaltungen der Bundesbank möglich. Also wir haben neun Hauptverwaltungen, beispielsweise in Berlin, Hamburg, Mainz, und dort ist eben auch die Ausbildung möglich. Die Berufsschule ist auch immer standortbezogen. Also bei uns hier in der Zentrale in Frankfurt ist sie eben auch in Frankfurt. Und im Blockunterricht bedeutet so ein halbes Jahr ungefähr Praxisphase innerhalb der Zentrale, und dann nochmal so vier bis sechs Wochen Berufsschule und das immer im Wechsel. Der innerbetriebliche Unterricht ist quasi nochmal da, um Schwierigkeiten auszubessern oder auch, dass wir sie vorbereiten auf einzelne Blöcke in der Berufsschule. Auch gehen wir mit Lehrgängen intensiv nochmal in die Abschlussprüfungen rein. Zum einen der Abschlussprüfung Teil 1, der ja am PC stattfindet mit Word und Excel, und die Abschlussprüfung Teil 2, die dann schriftlich ist in Rechnungswesen. Da sind Personalwirtschaftliche Themen drin und auch Wirtschaft und Sozialkunde. Und dann auch nochmal die mündliche Prüfung. Grundsätzlich ist es so, dass alle Azubis bei uns einen zwölfmonatigen Zeitvertrag erhalten. Dann gibt es noch die Chance darauf, dass sie sich für eine unbefristete Übernahme qualifizieren können. Und zwar ist das auch dann nochmal eine Art Assessment Center, wo sie nochmal ein Vorstellungsgespräch quasi haben. Und auch noch ein bisschen was über die Bundesbank erzählen müssen, was sie in diesen zweieinhalb Jahren gelernt haben. Und zwar weil sie diese Verdunungen aber auch haben. Und zwar bist du Islander. Und zwar haben sie dann wieder in der Geburt einen Monsterale für den Und zwar in der Geburt als ningún, auberen und starten. Und zwar ist das für die SPD-Kommer.